Und du bist ja auch ganz sicher, dass das... Ja, ich bin mir ganz sicher, dass das auch nicht, ja. Wir können auch schon anfangen, äh... Rockpark-Fantasy-Musik, ja, ja. Hagemann IT! Die haben ihren gesamten Werbeetat für das Jahr für diesen Film aufgebracht, soweit ich das weiß. Die? Ich glaube, das ist nur ein Mann, oder? Ja, aber es klingt besser, wenn man die sagt. Oh, und natürlich, hm, hm. Hey, ich bin zufrieden, weil wir hier eine Schüssel Popcorn haben. Eigentlich muss man sagen, wir haben diesmal also ein Budget gehabt, ja? Ja, es heißt ja auch nur Almost No Budget. Nicht No Budget. Genau das, genau das, du hast es verstanden. Nico hat einen Pakt eingegangen. Ähm, wir können aber... Ich bin sehr gespannt, ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Das Ergebnis sehe ich gerade zum ersten Mal. Hallo! Sie kennen uns schon von Audiokommentaren wie... Leuntlinge 1! Ich esse gerade noch. Gleich. Mach mal da weiter. Okay. Ich bin Neu. Und ich bin die Anna unaussprechlicher Name Stritter. Und wen spielst du? Die Inquisitorin spiele ich. Und wir wollen noch an Fehlinformationen vom letzten Audiokommentar klarstellen, der Regisseur ist nicht mehr zu haben. Übrigens. Danke. Dürfte ich da mal weitergeben an die Person zu deiner Linken? Ähm, ja, ich bin die Person zu Linken und ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Film eigentlich irgendwas getan habe. Oh ja. Stimmt, stimmt. Ja, keine Ahnung. Ich bin manchmal ein Zwerg. Aber nur manchmal. Ja, hallo. Ich bin Alex. Ich komme auch in einer Szene drin vor. Ich weiß allerdings gar nicht, wie ich heiße. Alexander Klug. Ah, ja, genau. Danke, dass du mich daran erinnern hast. Ähm, ich lass mich mal überraschen. Und ich sag mir natürlich Bescheid, wenn ich im Bild erscheine. Oder auch nicht. Mal schauen. Hi, ich bin die Kerstin. Ich spiele leider nicht mit, aber vielleicht ergibt sich da mal irgendwas. Und ich beobachte. Ich habe zwei Mikrofone. Ja, hallo, ich bin der Thomas. Ich spiele den Herrn von Sensenstein. Ähm, und ich freue mich jetzt auf den Film. Ich habe den nämlich auch noch vollständig nicht gesehen. Noch nicht vollständig? Noch nicht vollständig gesehen. Hat den überhaupt schon jemand vollständig gesehen? Ähm, nein. Aber ich bin Iris und ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Wie sieht es mit euch aus? In drei Einzelteilen. Ich habe ihn schon mal gesehen. Ich möchte ihn eigentlich nie wieder sehen. Es ist vielleicht unklug, ein Audiokommentar aufzunehmen, wenn noch keiner den Film gesehen hat, weil niemand dann wirklich sich dafür hergibt, was zu sagen, sondern gebannt dem dramatischen Geschehen auf dem Bildschirm folgt. Wie viel Arbeit war eigentlich diese Animation? Ich finde, die ist sehr gut gelungen im Vergleich zu den... Der Film ist wirklich großartig. Der war in der Szene nämlich gar nicht da. Und das ist... Die Löcher in Tobi. Ja, sie sind auch großartig. Aber ich glaube, du meintest das fliegende Ding. Ja, ja. Ich meinte das fliegende Ding, genau. Ähm, hattet ihr da irgendetwas im Raum schweben, was er angeschaut hat, oder...? Nö. Also hat er das komplett gespielt, ohne einen Anhaltspunkt zu haben, oder so? Richtig. Das fliegende Ding ist übrigens, um unsere DSA-Fangemeinde nicht zu verschrecken, ein Gotongi. Ja. Wir wissen alle, was das ist. Gotongi klingt nach einem dummen Spiel. Irgendwas mit Holzklötzchen oder so. Stimmt, so wie Jenga. Nein, wir werden nicht nur Mattel-Spiele gesponsert. Leider. Der Popradianer hat tatsächlich einen Zauber erfolgreich geschafft. Das ist selten im Laufe des Films. Verkündige ich schon mal. Ja, und er hat doch noch einen dummen Hut, damit erfüllt er das dumme Hut-Credo. Mit Sternchen drauf. Das möchte ich betonen. Das bin ich, also nicht, also der Name, das bin ich. Aber die anderen Namen... Nein, 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 nein. Ja, ja, das bin ich. Nicht auf dem Pferd, sondern auch wieder nur der Name. Die Sonne geht auf über Yolgurma. Malerisch. Geradezu pittoresk. Ja. Die Sonne geht nie auf über Yolgurma. Die geht immer nur unter. Auch morgens geht sie unter für andere. Also, hängt von der Perspektive ab. Irgendwo auf der Welt geht immer die Sonne unter. Jetzt haben wir die Kurzzusammenfassung vom ersten Film. Schwarze Augen. Ich finde sie ziemlich gruselig. Das passt jetzt auch ziemlich gruselig. Die ist gemein. Nur temporär. Ich mag, dass ihm die Nase gebrochen wird. Bekommt er nicht öfter eine gewischt? Ja. Wie oft denn eigentlich? Hat jemand mitgezählt? Ne, wir können ja mal anfangen. Also prinzipiell nicht so oft, wie er es verdient hätte. Ah, okay. Dann wird sie oft gefesselt oder K.O. geschlagen. Wird er öfter gefesselt, als in dem Film Conan verschiedene Worte von Schwarzenegger gesagt werden? Ne, aber ungefähr so oft, wie ihm Rambo 1 Silvester Stallone spricht. Ah, gut. Schön, dass wir Vergleiche mit Klassikern der Filmgeschichte anstellen können. Statt Grillzirpen haben wir Kröten im Hintergrund. Ich wurde gezwungen, ich arbeite nicht für Selzenstag. Sind Sie damit an deuten, dass Selzenstag mit dem Bauer Janus zusammen arbeitet? Er ist nicht so hell, unser Lucius. Er hat alle Punkte für Konsti und Körperkraft ausgegeben. Dann wird Klug hat nichts mehr über. Oh, ey! Keine Sorge, ja. Ah! Das ist das dritte Mal bis jetzt. Ja. Trois Paums! Wir sind wieder fünf Minuten. Nicht mehr lange. Ich bin ja schon eher mäßig. Du sagtest, du kannst uns helfen. Was weißt du? Bevor du mir nicht garantierst, dass du mich loslässt, verrate ich gar nichts. Damit du dann in unserem Rücken noch einen Dämon beschwören kannst. Ich sagte doch, sie haben mich gezwungen. Es war nicht mein Wille. Wer? Haben wir eigentlich schon gesagt, dass das Kostüm, was unser Dämonenbeschwörer trägt, eigentlich von dem Heldendarsteller genäht worden ist? Was ist los? Ja, und das war eigentlich ein ganz anderes Gewand, nicht wahr? Ja. Für einen Ingrüngewand. Es ist aber auch ärgerlich, wenn zu viele Kirchen und davon zwei gute und eine böse sich die gleichen Farben teilen müssen. Obwohl es irgendwie noch rein in Frage steht, ob die Chorkirche wirklich zu den Guten zählt, nicht wahr? Es gibt eben nicht genug unpeinliche Farben. Das stimmt. Ich finde, man hätte aber vielleicht Zar einfach rosa geben können und dann hätte man das mit der Rainbow-Fleck noch anders verteilen können. Du meinst, die Rainbow-Warriors sind der Sechsefinger-Zars? Aus irgendeinem Grund dazu entschieden, sie nicht in den Schwarzen Land gefangen zu halten, sondern sie von Sensensteinen bewahren zu lassen. So wie ich das sehe, ist Sensensteinen seit Jahren ein Spion Galottas. Ihre Anwesenheit auf dessen Gut, das kann kein Zufall sein. Sie ist kein gewöhnlicher Flüchtling auch. Wenn sie das glauben, dass sie nicht sie nun zu sich geholt hat, das heißt nichts. Das heißt was? Nichts Gutes. Es ergibt keinen Sinn. Ich sage ja keine Punkte mehr für Klugheit. Ich finde, er hat den ersten Film in diesem Einsatz gut zusammengefasst. Es ergibt keinen Sinn. Ich finde es geil, niemand kann noch so arrogant gucken, wenn er an einen Baum gefesselt ist und zweimal niedergeschlagen wurde. Vor allen Dingen, er kriegt einfach keine blauen Flecken im Gesicht. Ja, das ist ein Special Feature. Paktiert er schon und hat irgendwie so einen Dämon geschenkt, keine blauen Flecken, wenn er hier ist? Nein, das ist der kleine Bruder von Wolverine. Sehen sich auch unglaublich ähnlich. Genau, wenn ich woanders geboren wäre, wäre ich vielleicht Müller geworden. Das Grönland soll doch um diese Zeit sehr schön sein. Er will das Grönland? Da gibt es Amaunier. Erzählt mal was da wo. Amaunier? Kommen die auch noch vor? Kommen die Amaunier auch noch vor? Im vierten Teil. Verdammt, wieso habe ich da nicht mitgespielt? Ich habe da ein tolles Amaunier-Kostüm. Wir haben hier noch nicht gedreht. Ah, das macht Sinn. Also du hast noch die Chance, mal was anderes als Zwerg zu sein. Großartig. Ich sitze auch schon auf der Besetzungs-Couch. Jetzt kommt gleich der Thomas rein in einer seiner mannigfaltigen Rollen. Ja. Und wie in den meisten seiner mannigfaltigen Rollen, die nicht Sensenstein sind, sollte er eigentlich Red Shirt-mäßig ausgestaffiert sein. Ich weiß gar nicht, ob er was Rotes anhat. Ist er noch nicht, aber ich kenne den Gambi, die Lederhose und den Thomas. Ja. Also Schwarz ist ja das neue Rot von daher. Der hat Rote auf. Thomas, wie war es denn so, von einem Schwarzen Nichts verschlungen zu werden? Ja, da gibt es Schlimmeres. Was war das eigentlich für ein schwarzes Nichts, um die Nicht-DSA-Kundigen am Bildschirm ein bisschen zu informieren? Das war einfach nur die dämonische Macht, die Celine inne wohnt, völlig ohne Bezeichnung einer dämonischen Wesenheit, die hier eingegriffen haben könnte. Man kann sich ja ein wenig Freiheit noch nehmen bei so einem Film, finde ich, oder? Abgesehen davon muss man zur Benennung eines DSA-Dämones eigentlich nur relativ frei auf der Tastatur hantieren und dann die Buchstaben rauslöschen, die man nicht mehr aussprechen kann. Die wunderschöne Dorfkirche von Wenkbach. Ja, wirklich großartig. Da ist auch Iris gleich im Bild zu sehen. Da kommt Iris jetzt im Hintergrund, man sieht sie da, ist sie, ist ihre Schulter, ja. Aber jetzt sehen wir auch ihre Nase und ihre Hand. Das ist Iris. Verdammt. Und mein Hinterkopf. Die zuvor gesehene Greifen-Statue wurde übrigens extra für diesen Film aus einem großen Block Butter modelliert. Aber wie schwierig war es eigentlich, dort die Drehgenehmigung zu bekommen? Ich habe einfach gefragt. Und unsere Kirchenvorsteherin ist mit mir weitläufig gewandt und hat mir den Schlüssel gegeben. Gut, sehr gut. Sie kamen dann aber auch beim Dreh vorbei und wir haben da eine Pause eingelegt, weil wir versuchten zu vertuschen, dass wir Dämonenbeschwörungen und Keller-Szenen im Turm übrigens in dieser Kirche gespielt haben. Genau. Genau. Aber Thomas hat heldenhaft zusammengefasst, was genau da passieren soll und hat es geschafft, das Ganze irgendwie noch halbwegs harmlos darzustellen. Hey, es war total seriös. Wenn wir in irgendwelchen Kerkern sind, dann weise ich auch darauf hin. Diese lange Diskussion, die wir mit der Kirchenvorsteherin oder mit der Küsterin führen mussten, die ist übrigens daran schuld, dass der Film jetzt zwei Monate zu spät erst erscheint und uns das in so einem Drehplan zurückgeworfen hat. Ich mag übrigens die Glocken in der Musik. Das fragen wir uns auch. Es ist nichts Gutes. Gibt es doch nicht jedes dritte DSA-Abenteuer? Das stimmt eigentlich. Das ist eine Hommage an die klassische DSA-Zeit. Es ist halt eine Zufallsbegegnung. Die muss ja auch mal mit rein. Außerdem, ich finde, es ist wichtig auch mal darauf hinzuweisen, dass es in dieser Film, dass es wiederum Thomas, ja, in dieser Filmreihe auch wirklich um Agrarproblematiken geht. Wir hatten im ersten Teil schon Bauern, die um ihr Vieh besorgt waren und jetzt haben wir Bauern, die von Orgs bedroht werden. Es geht eigentlich nur um Bauern. Ja, sie stehen in unserer Seelen und unser Vieh. Ich möchte das hier nochmal betonen. Unser Vieh. 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 Warum haben wir eigentlich grüne Orgs? Sind die krank? Äh, Moos flechten. Machst du mal der Katze die Tür auf, Nico? Gut. Sonst hören wir die ganze Zeit an Pong, Pong, määau. Und jetzt kommt die erste richtige Action-Szene. Gabs dabei eigentlich einige Schrammen und Verletzungen? Ähm, soweit ich mich erinnere, nicht. Nein. Also wenn, dann nur bei Benni, aber wen interessiert das? Achso, und Benni war nochmal wer? Der Schwarzmagier. Gerade im Bild. Ich glaube, es wird jetzt gleich das vierte Mal jemand einen Schlag ins Krieg bekommen. Ich lasse noch offen, der jetzt sein. Eigentlich schlägt Thomas ihn immer, oder? Stimmt. Nein, nicht jedes Mal. Zwischendurch schlägt noch Christian. Also Lucius. Lucius, ja. Der nicht so helle Held. Der vorhin übrigens alle seine Ausweichwürfe verpatzt hat gerade. Obwohl, nee, nicht wirklich verpatzt, aber seine Geschicklichkeit. Wo ist denn das eigentlich gedreht worden, Nico? Das ist bei Heidelberg. Traumhaft schön. Das ist aber nicht die Hütte, die in einem deiner frühen Werke auch schon vorkommt. Ich glaube nicht, nee, aber wir haben an dieser Hütte schon mal eine kleine Con gemacht. Da waren die Ochse übrigens besser geschminkt. Wenn man sich die Umgebung anschaut, kann man sich vorstellen, diese wunderschöne Gegend ist idealerweise dazu geeignet, ein ungefähr 70 Kilogramm schweres Stromerzeugeraggregat den Berg hinauf und um ungefähr vier Uhr morgens den Berg wieder hinunter zu schleppen. Uuuuh. Der Zauber ist übrigens auch wieder schiefgegangen. Aber eigentlich kann er überhaupt daneben gehen, Laugregelberg. Ja. Wenn man einen bestimmten Nachteil angewählt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Verdammt. Das hat er aber auch gesagt. Ja, sein Problem ist nicht, dass er das Ding ihn umbringen will, sondern dass er eine mangelnde Körperhygiene. Zeitlupe. Die Iris-Filien ist lustig, wenn Leute in Köpfe abgeschlagen werden. Es tut mir leid, ich werde auch schon nicht mehr mit den Horrorfilmen genommen. Das ist übrigens mit Abstand die schlechteste Szene im ganzen Film, wenn nicht der ganzen Filmgeschichte. Aber ich finde, das überlasse ich jetzt euch, das zu beurteilen. Ich bemerke, er trägt keine Weste. Du bist ja ausgefuchst und achtest auf alle Details. Verdammt. Ich finde es interessant, dass sein Bart und seine Augenbrauen rot sind und seine Haare dunkel. Er färbt, weil er schon grau wird. Oh, das hättest du dir jetzt nicht unbedingt sagen müssen. Das ist übrigens der gleiche Darsteller wie der verhasste Satür im ersten Teil, nur diesmal mit Perücke, jeder Menge Schminke und Gott sei Dank mit Klamotten. Nico, du bist ein gemeiner Mensch. Und es hat auch niemand einen schweren Unfall mit Glitzerschminke auf ihm angerichtet. Schlichtgelaun. Was wollt ihr da? Wir wollen in Galottas Palast eindringen und eine Gefangene befreien. Ach, bis weiter nichts ist. Ich habe noch drei Wunderlampen. Die bringen euch nullkommanix dahin und in drei Augen blicken wieder zurück. Ehrlich? Nein, natürlich nicht. Sind das eigentlich echte Knochen, die er dort in seiner Perücke hat? Ja, Hühner, Hühnerknochen. Du siehst das als Biologin? Genau. Außerdem hat es mir mal erzählt. Das steht dir nämlich auf die Stirn geschrieben. Was? Dass sie Spione sind. Eh, natürlich. Galotta stellt nicht so dumme Menschen an. Das ist übrigens wieder Moni, der Zwerg. Der Zwerg besteht eigentlich nur aus dem Helm und dem Bart. Deswegen konnte rein theoretisch zum Beispiel auch ein Hund den Zwerg spielen. Oh, das ist übrigens Schloss Feldens. Das ist wieder die Kirche. Cembalo. Ich mag Cembalo. Und es ist ungefähr 15 Mal, bis ich nicht mehr gelacht habe beim Text. Und ich sitze ungefähr unterhalb der Taille von den beiden und halte ein Mikrofon hoch. Die Szene haben wir nochmal gedreht. Ja, wir hatten sie schon einmal. Aber die Kirche war so hübsch. Was für Dinge auch immer, die dunklen Ante uns entgegenzuspeilen vermögen. Bla. Aber das finde ich so geil, entgegenzuspeilen vermögen. Man hört förmlich, wie er speit. Er ist böse. Die Evil Guy. Oh, oh, Rückblende. Spannend, spannend. Wir sind alle still. Weil er so cool ist. Hast du ihn von Austria gedreht? Eins, ja. Jetzt werden wir gleich das Mikro an Alex weitergeben, der nämlich hier seinen großen Auftritt hat. Und ich sitze mit einer Beleuchtung in der Ecke. Was habt ihr mir eigentlich damals gegeben dafür, dass ich mitspiele? Aber da sah ich ja eben gerade, ich bin übrigens derjenige, der da auf der Treppe steht. Ich würde sagen, wir haben dir einen Panne-Sammt-Omann gegeben, oder? Ja, da steht mir eigentlich auch gar nicht so schlecht, oder? Ich finde das super, dass im Hintergrund einfach Leute stehen und zugeschaut haben, wie er ihn ermordet. Das ist beabsichtigt, denn im Hintergrund steht der Daniel, der im ersten Teil den verräterischen Magier gespielt hat. Also es ist wirklich so gedacht, dass er schon immer sein Handlanger war. Und es war nicht zufällig so, dass er da stromstand, weil es nebenbei auf einer Nostria-Endschlag gedreht wurde. Alles durchdacht. Das haben wir gerade richtig gesehen für die Leute, die es jetzt auch zum ersten Mal sehen, dass Waldemar gerade den Vater von Lucius getötet hat. Ich finde ja Leute, die ihren Film zum ersten Mal gucken und dann gleich mit Audiokommentaren bin ich befremdlich. Aber ja, Leute, ihr habt das richtig gesehen, ja. Lucius Vater getötet und dann den Jungen mitgenommen. Ja, das ist doch nett von ihm. Ich muss da an gewisse Star-Wars-Spiele denken, die ungefähr ähnlich anfangen. Aber den Effekt finde ich so toll. Ich weiß, Nico sagt immer, es ist ein billiger Effekt, aber er wirkt so toll. Ich bin immer noch irritiert wegen deinem Einwurf, Nico, weil wir gucken den Film gerade auch zum ersten Mal und wir sprechen sogar den Audiokommentar. Die Heldengruppe, wie sie über den Hügelkamm zieht. Mit hellenhafter Musik. Und zwischendurch ein bisschen in Zeitlupe. Es ist immer gut, über einen Hügelkamm in Zeitlupe zu laufen. Ich bemühe mich, das auch auf das zu tun, wenn ich einen Hügelkamm sehe, mich langsamer zu bewegen. Von wem ist nochmal eigentlich die Musik von? Wenn man auf die Seite www.orgpack.de geht, dann wird man sich sehr viel großartige Musik von Ralf Kurzsiefer anhören können, der völlig ohne Entgelt und in einer unglaublichen Geschwindigkeit unsere komplette Filmmusik für den Film geschrieben hat. Und zwar mehr, als wir brauchen. Er hat es geschafft, 60 Minuten Filmmusik für einen 45 Minuten Film zu schreiben, was ich echt beeindruckend finde. Das schafft nicht mehr Hans Zimmer. An dieser Stelle Respekt und Danke. Ja, ja, ja. Wir knien auf den Fußboden und beten ihn an. Nein. Tun wir. Ihr seht es jetzt nicht, aber wir gehen gerade auf den Fußboden und beten ein Bild von Ralf an. Und das Tolle ist, ja, unser barbaradianischer Schwarzenmagier bringt wieder einen total guten, durchdachten, intelligenten Einwurf, sowas wie, das ist eine blöde Idee, soll ich das nicht tun? Und wenn, dann nehm ich gefälligst mit, weil ich bin nützlich. Und unser Held sagt, ach was. Typische Heldendiskussion, man redet fünf Minuten und dann stirbt man die Burg einfach so. Nein, nein, soweit ich das verstanden habe, haben sie ja jetzt beschlossen, nicht nach Jorgomark zu gehen, weil der Goblin ihnen klar gemacht hat, dass das dumm ist. Sie hören also auf den Goblin? Ja, nicht auf den Magier, der hatte eine fundierte Ausbildung. Ja, ja, sondern sie gehen nach Garret und wollen den Magier verkaufen für Hilfe. Weil er böse ist. Ja. An welchem Ort wurde dort eigentlich gedreht? Das sieht sehr kalt aus. Ja, bitte. Das ist Burg Hohenbaden in Baden-Baden und zwar der Kerker tatsächlich, wo wir ausnahmsweise mal wirklich eine Drehgenehmigung hatten. Krass. Schöne Burg. Also wirklich kalt ist es nicht da unten. Es ist eine schöne Burg. Also auch des Besuches wert und hat wohl auch ein schönes Restaurant, in dem man einklern darf. Es soll Leute geben, die dort gefroren haben, als sich dort aufgehalten haben, aber die trugen zu dem Zeitpunkt glaube ich auch nur eine Hose und Farbe und haben einen Drachenmenschen gespielt. Aber ich weiß nicht, ob diese Erfahrung sie in dieser Aussage irgendwie ein wenig vorbelastet. Ja, aber ich meine, das passiert natürlich, wenn man im Januar auf dieser Burg labt, nicht wenn man diesen Film dreht und das nicht im Januar, wohl weiß nicht. Das ist also diese jene Burg. Ja. Sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Auch für sämtliche Live-Rollenspieler und für alle Leute, die natürlich die Drehorte dieses Filmes irgendwie abwandern wollen. Genau. Wo ist das? In Würzburg. Würzburg. Würzburg ist das die Stadt des Lichts? Ja. Nein, gar nicht. Wir sind alle Springe, die Stadt des Lichts ist. Ganz einfach, weil die postulieren, dass der Erfinder der Glühbirnen eben nicht Edison war, sondern ein gebürtiger Springer. Krass. Das ist Hagen. Ja. Ja. Und jetzt merken sie, warum es eine dumme Idee war, nach Gara zu gehen, weil sie prompt zwischendurch vergessen haben, nachdem es noch kurz vor Ende des ersten Films betont wurde, dass sie steckbrieflich gesucht werden, also Lucius. Ja. Genau. Sie haben es ja immerhin so weit noch bedacht, dass sie eine Kapuze übergezogen haben. Und immerhin sind alle abgelenkt. Ja, zum Glück. Deswegen ist Gara da auch so leer. Ja. Was geil ist, der tolle Held hat es auch eingesehen, ist eine dumme Idee. Ja, manchmal muss man sich selbst davon... Woher weiß der Goblin das? Weil Goblins normalerweise in Höhlen wohnen. Und jedenfalls dieser Goblin, der lauert immer in Ecken. Und deswegen kennt er alle Ecken. Weil er ihn gerne lauert. Auch in Gareth. Obwohl er aus Ecilia kommt. Woher? Genau. Ja. 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 Ich hatte nie ganz wenig vor, um ihn zu rechnen. Es war ein Torstück. Es war ein Torstück. Wie gewinnt man das Herz seiner Frau? Ich wollte dich gar nicht umbringen. Es sah nur so aus. Sie haben einen Fehler. Sie haben eine Nacht verbracht? Was vielleicht zu dieser Burg, zu diesem wunderschönen Turmzimmer zu erwähnen wäre, ist, dass es recht luftig gestaltet war. Es gab kein Dach. Man konnte hinaus in den schönen, sicherlich sehr romantischen Abend-Nachthimmel schauen. Und die Geräusche des Vormenschen 70 Kilo Stromerzeugeraggregats, den wir in diese Burg hineingeschleppt haben, waren auch recht allgegenwärtig. Einer der Gründe für die Nachsynchronisation. Diese Szene muss ja immer unbedingt im Trailer sein. Und sie hat dabei einen BH an. Entgegen anderslautender Gerüchte, die gewisse Personen in die Welt setzen. Wer? Sie oder Nico? Sie hat einen BH an und Nico nicht. Gerüchte in die Welt gesetzt? Achso, nein, das war noch jemand anders, unabhängig. Benny, falls das hier jemand was sagt. Nicht zu wechseln, Benny. Der Palast bietet übrigens riesige Annehmlichkeiten wie Steinwände und keine Dächer, wie wir gerade gehört haben. Warum euch der Kaiser diese Ehre zuteil werden lässt. Eigentlich nicht. Weil er ein verrückter alter Artiker ist. Oder so. Ja, der Kaiser will, dass ihr das anzieht. Nein, das hat doch Waldi ihr geschenkt. Ja, aber er sagte doch, der Kaiser will es. Genau. Das würde ich auch behaupten. Ich glaube, Galotte hat einfach nicht mehr genügend schwarzen Stoff, weil er seine ganze Armee damit hat ausrüsten müssen. Ja, es gibt auch Lieferverzögerungen nach Jolgur, Mark. Schwarzen Färbemittel? Ja. Alles ist besser mit Egetan. Nur so als Anmerkung, mein Geräusch, ne? Ja, das ist mir auch gerade angefallen. Jenes Geräusch, das die große Deformation der Becher erklärt, die dem Besitzer nicht so gefallen haben. Wer war der Besitzer nochmal? Das war Lucius von Sichelberg. Sichelberg, ja. Das ist eigentlich der wahre Grund für eure Unstimmigkeit, dass du seine Becher deformiert hast. Du meinst, Céline hat dich so dermaßen leidenschaftlich auf das Fell geschmissen, dass ihr die Zinnbecher verdellt habt? Die Zinnbecher sind jedes Mal aus etwa 50 cm Höhe gefallen und haben das auf Dauer durch Deformationen... Wir haben sie wieder einigermaßen gewogen gekriegt. Das war vielleicht ein Aufwand, den Dolch an die andere Seite zu bringen, damit sie ihn auch greifen konnte. Außerdem war das Ding relativ spitz, also war mir unangenehm. Sie ist so dumm, wenn sie nicht so weit ausgeholt hätte, wäre es kein Problem gewesen. Ich mag das Geräusch, wenn sie zuschlägt. Ja. Sie holt immer in den falschen Momenten aus. Ja. Aber ich mag den Effekt, wie Julia einfach um die Ecke erscheint. Ja, das ist geil, das ist so geil. Timing ist alles. Sie ist der Texas Ranger. Du glaubst, dass irgendein unserer Zuschauer das Titel-Theme von Texas Ranger kennt, ja? Ja, mindestens Jörg. Aber man findet das auf YouTube. Was war das für eine Burg? Das sind verschiedene Orte. Der Tanz zum Beispiel fand statt auf Burg Hasse nicht gesehen. Und das ist seit Nostria-Con. Auf Nostria, ja. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch einige der Leute, die ansonsten andere Rollen spielen, da mittanzen. Ja. Uh, also ziehen kann ich nicht noch nicht, die ist toll. Das ist die einzige Szene, wo ein Brillenträger anfing zu sehen ist, weil es auf dem Konnen gedreht wurde. Aber wenn man nicht sehr viel Geld hat, kann man sich das nicht leisten? Sie sagen, tanzt das bitte nochmal und zieht die Brille dabei ab? Nein, in Abiturien sich eine Brille zu kaufen. Ach so, na klar gibt's die da. Danke, genau das war meine Frage. Und da wir ja auf dem großen Turnier in Garitz sind, sind da vielleicht Leute, die Geld haben. Ja, das, ja klar. Aber für die Kopfbedingungen hat sie nicht mehr gereicht. Ich find's halt was von Tanz der Vampire, wenn sie sich verkleiden und da reinschleichen. Ja, das stimmt. Aber das ist nur eines der vielen Filmzitate, nehm ich an. Aber er bleibt seinem rot-schwarzen Thema ja treu. Das muss ich auch grad denken. Und die Musik erinnert mich an Conan, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Klar. Blendet. Fünf Breioten. Ja, abgesehen davon. Ich glaub, er sollte wirklich einsehen, dass es legitim ist, ihn zum Tode zu verurteilen. Ich mein, das ist nichts für ungut, aber das ist doch so. Er ist nun mein Borat. Oh, Galotta, Galotta. Sag das mal ein paar Mal schnell hintereinander weg. Galotta, Galotta, Galotta? So ungefähr. Oh, der Hals ist das mal besser geschminkt als letztes Mal. Äh. Sag mal was Positives sagen. Äh. Genau, es ist sehr dunkel grade. Wie ist deine Hexe? Genau. Nicht Hexerin. Warum hat er nicht Hexerin gesagt und nicht Hexe, Nico? Das ist ja wohl ihre künstlerische Freiheit, nicht wahr? Ach so. Na gut. Er sagt Hexe. Ja, Galotta ist ja auch The Man. Ich weiß, ich weiß, an Glismans sind Bullshit. Galotta ist übrigens deswegen eher ein Telepath und bewegt den Mund nicht beim Reden, weil das in der Maske einfach nicht möglich ist. Das nicht reicht. Aber er ist ja ein mächtiger Magier, er kann ja auch einfach nur was denken, dann hört man das. Aber die Szene hat eben gerade auch wieder unter freiem Himmel stattgefunden, wenn ich mich richtig erinnere. An den Drehort. Das ist korrekt, ja. Es liegt aber daran, dass freier Himmel sehr ambientig ist. Das ist jetzt die Szene, die sehr stark an den Tanz der Vampire erinnert, also sozusagen eine Hommage an den Film. Das ist ein hirnrissiger Plan. Das wird niemals funktionieren. Das war auch die Idee dahinter. Ich find's toll. Ich find's super. Das gefällt mir. Oh Mann, das ist so großartig. Ich find's auch wichtig, dass man drauf aufteilt, dass die Helden auch immer sagen, dass sie wissen, dass es bescheuert ist, was sie da gerade tun. Ich glaube, es kommt vier oder fünf Mal vor in dem Film, dass sie sagen, das ist total bescheuert, das ist hirnrissig, das wird niemals funktionieren und solche Sachen. Oder es macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, genau. Nee, das hat er gesagt. Wir haben's nur überlabert, ja. Aber er ist eine Elfe. Eine Elfe! Ich weiß übrigens darauf hin, dass der Goblin das Kleid der Zwergenspielerin trägt. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Wegen Unsittlichkeit. Das ist auf jeden Fall unsittlich. Goblin in Pannesamt mit Äpfelbrüsten. Ja, aber warum deswegen den Zwerg festnehmen? Aus Prinzip. Klar. Was ist das? Was sagt sie? Es. Ist es ein Es? Ein Quitzlinger. Was? Aber immer weiter tanzen. Na sicher doch. Tanzen macht Freude. Wir verweisen auf die Szene ganz am Anfang mit dem schwarzen Auge. Ja, das wäre jetzt einfach zu umständlich zu erklären. Ich habe es vor wenigen Monaten mit einem schwarzen Auge gesehen und erinnere mich noch daran, weil es ja vom Film erst 45 Minuten her ist. Ja. Man beachte übrigens, dass der Dermot vollkommen ungerührt weiter tanzt, obwohl der Partner weggegangen ist und die Frau neben ihr auch. Das ist ja nun auch recht angemessen, oder? Weiter zu tanzen? Achso, ja natürlich. Genau. Nur weil ungewöhnliche Kretins von Bauern nicht weiter tanzen? Du kannst auch das Mikro nehmen, wenn du Nest hast. Ich meinte nur, dass die Regentin an ihrem Ball da richtig viel Spaß hat und so einsam aussieht auf ihrem Thron. Aber jetzt geht es hier auch nach Hause. Bei dem Kleid bleibt es nicht lange einsam. Man beachte, dass das Finale jedes Films endet die gleiche Musik hat und jedes Mal Lucius irgendwie mit daher rennt und am Anfang noch einen Begleiter hat, der dann auf der Strecke bleibt irgendwann und dann nicht mehr da ist. Genau. Er ist wieder mal aufs Fall verschwunden. Wie lange ist der Quizzinger jetzt schon in der Stadt und das Attentat findet natürlich genau dann statt, wenn unsere Helden da sind? Das ist Schicksal. Man kann ja nicht einfach so auch als Dämon in die Mächer der Regentin marschieren. Man muss warten, bis man sie beim Ball... Zeitlu... Ich mag Zeitlu... ...vorgesetzt bekommt. Der Boden ist übrigens hart. Total glaubwürdig. Dämonen haben keinen Puls. Jim. Dämonen haben keinen Puls. Ich bin wieder auf dem Weg. Ja, hier war es. Es hat spitze Ohren. Das ist wirklich Bock. Das Attentat und quiekt. Es ist kein Manga. Nein, sonst... Nein, das lassen wir jetzt einfach. Ich geh jetzt hin. Ich geh jetzt hin. Ich geh jetzt hin zu später. Ich werde dir alles erklären. Ich werde dir alles erklären. Ein Andermal. Ja, endlich mal ein böse Wicht, der nicht sofort seinen Masterplan erklärt. Ich muss hier an die Stromeck-Variante dieser Szene denken, wo der Scherge dann sagt, nein, haben sie nicht. Und dann Galotte auch so, ja, das kann ja mir mal passieren, nicht wahr? Wer war der Scherge, der gerade gestorben ist? Das war Scherge Varas, der ursprünglich von Basti Suh gespielt wurde, aber in diesem zweiten Teil von Anselm Champignon, der ein großer Versatz ist, natürlich. Wobei Basti mir lieber gewesen wäre. Und ausnahmsweise mal nicht Thomas Ernst, der ansonsten fast alle Schergen gespielt hat und Orcs. Das liegt daran, dass er in den ganzen Szenen eine andere Figur spielt, nämlich sich selbst, also Waldemar. Er spielt sich selbst, also Waldemar. Ja, ja. Das ist mein alter Ego. Jetzt kriegt er wieder in die Fresse. Das ist der sechste Mann, glaube ich, oder? Ey! 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 das ist mehr was ich الك... Ich möchte darauf hinweisen, dass hinter den Kulissen jetzt gerade eine KGI-Agentin stehe und sich überlegt, wie sie gleich jetzt auftreten wird. Und sich überlegt, dass sie streng und schneidend und kalt wirken muss. Jaaaa! Sie betreibt meine Schenke in Anbar. Da ist sie. Genug. Was genau hat sie da mit Lucius im Hinterzimmer überprüft? Ja, das runder ich an den Kommentar zu. Naja, du weißt schon, sie sieht ganz gut aus und so weiter. Als sie die Prajotin auf ihre Seite bringen wollten. Ja, großartig. Das ist übrigens der Turm unserer Kirche, der aussieht wie ein Kerker in Jolgurmak. Weil das ein alter Wehrturm ist. Und voll dreckig. Naja, da wohnen halt Eulen. Und Tauben. Und Eulen. Und andere Tiere. Und Gewölle. Und Boradiana. Verdammt. Da rieselt Taubenscheiß so auf sie runter. Jetzt ist er echt ein fieser Kerker, oder? Kann sein, dass da irgendwie das... Auch ein bisschen Sound fehlt. Hm. Das ist dann... Also der Kommentar ist wahrscheinlich obsolet, sobald der Film noch die letzten Soundeffekte hat. Man bedenke, die Regentin hat sie ausgerüstet. Wohl, der Christian hat seine Rüstung angezogen, aber... Sie jungen schon bei den Sturmtruppen. Ja, aber ein Pferd hat's nicht so gereicht, ne? Die gibt's leider nur, wenn in Bayern gedreht wird. Was ist denn dann das Mittlerreich gerechtigt gestern? Wiederkommen, und dann wird man uns alle zu wittern schlagen. Ich mach nämlich den Jogger, man kann auch mal bedieb sein. Du musst deine Rüstung tragen, das wär scheiße. Kommt! Dann müsst ihr über den nächsten Rohalztag in den Pfarrer sind sicher sein. Was ist mit dem übernächsten Rohalztag? Sagt das irgendjemandem was? Außer, ähm, DSA-Spielern? Nein, aber es klingt nach einer Zeitangabe. Eine hinreichend vage Zeitangabe, damit uns niemand irgendwie aufs Brot schmieren kann, dass es völlig unmöglich ist, bis zum übernächsten Rohalztag die Schwarz-Sichel zu erreichen. Und wir wissen, welchen Wochentag wir gerade haben. Es sind ja noch zwölf Paar-Sechs bis zum übernächsten Rohalztag. Dann kann man ja einen ganzen Kessel-Run schaffen. So sieht's aus. Ja, der Ulrich Kiesow. Der Nikolas Mendrick. Der liebt aber noch. Noch? Die Chris auch. Ja, wir können auch gerne Nachbar kommentieren. Ja. Ja, wenn wieder was... Ja. Noch kam kein Song vor. Ja, genau. Von Fancho Horizon. Diesmal nicht. Äh, kommt gleich noch. Ah, also wieder der Titel? Also der Held, äh, äh... Der Anti-Held. Der Anti-Held, ja. Die Heldin. Ja. Der einzig wahre, wirkliche Held. Die Prajotin. Und Gestaltwand darin und der, äh... Goblin. Der Goblin, genau. Die Meisterin. Hat sie eigentlich einen Namen? Asphalels Meisterin? Der, der Zwerg. Der Zwerg, ja. Ja. Da stand ihr dabei. Genau. Ihr könnt alle lesen, hoffe ich. Ihr hattet einen Produzenten? Die hatten wir schon? Da gibt's nicht mehr zu, zu sagen. Was machen eigentlich ausführender Produzenten im... Ich hab keine Ahnung, aber es klingt gut. Ja, das stimmt. Natascha hat in dem Film auch was gedreht? Die, die hat eine Liebesszene zwischendurch mal gedreht. Irgend die Hälfte der, der Org-Szenen. Ah, okay. Wo ist Natascha eigentlich gerade? Ähm. Ruhrpott irgendwo. Ruhrpott. Bei ihren Eltern. Jetzt kommt der Horizons Song. Yeah. Asphalel, der glücklose Dämonenbeschwörer. Asphalel, seine Herren. Christopher Lee, er ist tatsächlich irgendwann kurz, zwei Sekunden zu sehen in dem schwarzen Auge, damit er hier nochmal reingeschnitten werden kann. Den Abspann. Hey. Die steht noch nicht fest. Oh. Iris Friedrich, die Tempeldienerin. Yeah. Ne, wo man nicht bist du? Profil für XYZ. XYZ. XYZ-Fahne war auch schön. Ich bin ja noch geändert. Oh, welche war die, welche war die Schmerzen von Chris? Die Wache. Die blonde Wache. Annette hat mitgespielt. Nee, ich glaube, das ist einfach nur, ähm, um alle Leute abzudecken, die eventuell im Hintergrund irgendwo rumlaufen könnten. Tänzer in Hochvolk ist auch wirklich... Zwei mal U. Zwei mal D. Und auch zwei mal U. Drei mal U sehe ich mittlerweile. Die gleichen Tänzer an mehreren Orten tanzen lassen. Sie hat mich irgendwie ein Buchstabieren. Ja, die Iris Friedrich hat oft beleuchtet oder hat Ton gemacht oder sowas. Die Linz, die mich ruht. Die mich ruht. Die mich leitet. Aus der dunklen Welt. Ich bin sehr dankbar, dass diesem gewaltigen Kraftakt Rechnung getragen wird. Der Hagen Grützmacher ist technischer Beistand, unmoralischer gewesen, im Ernst. Yeah, da bin ich schon wieder. Thomas ist eigentlich in jeder Kategorie irgendwo. Ja, ich glaube auch. Jeder, der sein eigenes Kleid mitgebracht hat, steht in der Ausstattung. Hey, ich gar nicht. Die muss noch rein. Unterkunft ist auch schön. Genau, Unterkunft, wie geil. Gewähren auch Sie, hilflosen und armen Filmproduzenten und Ihren Schauspielern Unterkunft. Bitte melden Sie sich unter Aktion Sorgenfilm. Ja. Sandra, danke. Christopher Lee, den kann man auch nicht aufknopeln. Und Eurig Kiesow, der will sie fragen. Jetzt müsste eigentlich noch so die drei Sekunden bis fünf Sekunden Bonusszene nach dem Abspann kommen. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, was ist mit dem Goblin passiert? Nee, der muss auf jeden Fall noch einmal rein, die Folgen muss passiert. Einmal Nase brechen von Asphalel. Der Goblin bricht Asphalel die Nase. Oder im Entspann nochmal, du Idiot. Oder Asphalel kriegt Bresche. Das kann auch ruhig grundlos sein. Ich möchte hiermit betonen, dass ich Asphalel wirklich gerne mag.